Hallo Minerva. Na, alles klar? Hast du Lust auf einen Livestream am Freitag? Ne, ne? Bist du müde? Ne, aber Freitag machst du mit, ne? Genau. Also ist das, wenn man so eine kleine, starke Dame hier direkt aus dem Schlaf holt. Also Kinder, hier, Freitag Livestream, ne? Habt ihr gehört? Wir starten schon um 19 Uhr. Das wird gut. Mit Hamster, mit Katamari und vielleicht gehen wir nochmal den Legend of Zelda Randomizer an. Das hat nämlich auch schon eine ganze Menge Spaß gemacht. Und die Minerva ist auch dabei, ne? Wüsschen? Kleine Wurst? Machst du mit? Ja, also bis Freitag dann. Bis zum nächsten Mal.